Meine Vision einer smarten Verwaltung wird Wirklichkeit, wenn ich eine App nutzen kann, über die ich Kontakt zur Stadtverwaltung herstellen kann, wo ich Kommunikation betreiben kann, wo ich letzten Endes dann aber auch Termine buchen kann, über den Bearbeitungsstand informiert werde und weiß, wann meinerseits Handlungsbedarf besteht und wenn ich beispielsweise die Dokumente abholen kann. Also meine Vision wäre, dass bestimmte Grundbedürfnisse abgedeckt werden, wie zum Beispiel ein gutes Terminmanagement, dass ich mir auch aussuchen kann, wann ich zum Beispiel meine Unterlagen irgendwo abholen kann, dass es nicht morgens um 8 sein muss, sondern vielleicht auch nachmittags um 5 oder so. Und was natürlich besonders wichtig wäre, dass die Sprachbarrieren, die bei vielen bestehen, dass das durch die Digitalisierung auch abgebaut wird. See you next time. Untertitelung des ZDF, 2020